Amageda, 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 was ist denn das? Ja, das hab ich viele Leute ja gefragt, ach ja. Keiner weiß es wirklich doch, oh jo, oh jo, oh jo. Amageda, Amageda, ja, hab ich in der Schule ja gelernt, ach was. Irgendeine Schule hab ich irgendwo gekannt, ach ja. Amageda kommt, ach ja, jo, jo, jo. Was ist denn das ja bloß? In der Kirche, jo, oder vorher hab ich befehl' ich, jo. Da hat's euch, da hat's eigentlich gescheiter werden und da hat's eure Sünden eh bekehren. Und da hat's eigentlich, oh, madum, das nicht mehr so wie Sünden machen ist, jo, jo. Aber sie haben nicht gehört darauf, sie haben gemacht, was sie wollten, ja. Ja, jetzt ist jetzt Amageda da. Jetzt fragt jeder, was ist denn das? Was ist denn das, Amageda, ja. Hat der eine gefragt zum anderen, ja. Was ist denn das, was ist denn das? Hab ich noch nie gehört, ach was. Amageda ist das, 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 ja. Was hast du gemacht auf der Erde, ja. Was alles du auf Erde gemacht hast, ja. Wird da Plus und Minus gerechnet, ja. Und dem Plus und Minus, ja, wird zu viel gerechnet, ja. Und dann am Schluss, sagt er, hast du Pech gehabt, doch, ja. Fahrst du in die Hölle, ja. Oh, jo, jo, in der Hölle wird's lustig sein, doch, jo. Da wird alles so heiß sein, ja. Da kannst du schwitzen, wirst auch, ja, ja. Wirst gequält, das ist doch klar. Jeden Tag und jede Nacht, doch, ja. Ja, ja, das ist Amageda, ja. Wenn du die Hölle überstanden hast, doch, ja. Da wirst du zum Eis und gequatscht, doch, ja. Dann kommst du ins ewige Nichts, doch, ja. Ja, das ist Amageda, ja. Amageda, kann das anders sein, kann du in den Himmel kommen, ja. In den Himmel kommen, ja, wirst du singen wie ein Star. Ja, ja, das kann Amageda sein, in den Himmel wirst du nie allein. Alle, 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 alle singen, ja. Amageda, Amageda ist für uns auch da. Ja, ja, so kann's gehen, ja, ist doch klar.